Heute zeige ich euch, wie leicht man so einen Slider hier selbst bauen kann. Das Ganze ist nämlich nicht wirklich kompliziert und der ein oder andere wird diesen Slider im Apex Store auch schon mal gesehen haben. Prinzipiell, ihr seht hier, ich habe einen kleinen Ladebalken, der signalisiert, wann der automatisch zum nächsten Slide springt. Ich kann aber auch einfach manuell hier hin und her wechseln, kann hier drin Bilder anzeigen, aber auch wie hier Texte, Bilder, Buttons, aber theoretisch auch Videos und Animationen. Also ihr könnt hier quasi alles reinschmeißen, was ihr möchtet. Und wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute bauen wir diesen richtig coolen Apex Store Content Slider. Das Ganze ist an die Fortgeschrittenen unter euch gerichtet, also ihr solltet JavaScript, SCSS und auch HTML schon können und damit auch schon Erfahrung haben. Prinzipiell werde ich in diesem Video versuchen, das grundsätzliche Konzept zu erklären, weil wir werden hier einen, Klammern eingeschränkt, relativ statischen Slider bauen, den ihr natürlich mit verschiedenen JavaScript-Frameworks wie Angular, React, Zwelte und so weiter deutlich verbessern könnt und dynamischer gestalten könnt. Prinzipiell ist dieses Video, wie gesagt, an die Fortgeschrittenen unter euch gerichtet, also ich erkläre auch nicht mehr jede Kleinigkeit, sondern mache hier und da auch mal so kleinere Sprünge oder kopiere ganze Codeblöcke, einfach damit dieses Video nicht ewig lang wird. Prinzipiell, wenn ihr dennoch Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung wie im Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt los und bauen einen richtig coolen Content-Slider. Auf geht's! So wie immer starten wir mit einer kleinen Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code, hier an der Seite seht ihr Chrome. Ansonsten ist das hier meine Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also da erkläre ich, wie das hier alles zusammenspielt. Und wir werden heute in der Index-HTML arbeiten. Hier ist bis auf meinen Standard-Boiler-Plate noch nichts drin, also der ganze Tutorial-Part ist noch leer. Außerdem haben wir hier eine Style-S-CSS, da werden wir quasi später alles Mögliche reinladen. Ich lade hier oben aber schon einige Presets. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Farbvariablen oder ein paar Zeilen CSS, die sagen, dass der Hintergrund hier so dunkel ist. Ansonsten haben wir eine Main.js, hier habe ich noch nicht wirklich was gemacht, außer wie in Vide üblich, lade ich hier meinen Style-Code. Aber alles, was wichtig für das Tutorial ist, kommt noch. Prinzipiell, das ist quasi unsere Umgebung. Und jetzt starten wir als erstes mit ein bisschen HTML. Also los geht's. So, los geht's mit dem eigentlichen HTML-Bereich. Das erste, was wir machen, ist, wir starten mit einem Diff-Container. Dieser Diff-Container bekommt von uns die Klasse Epic Slider. Dann gibt es hier drin zwei Chiles. Einmal einen Diff-Container mit der Klasse Epic Slider View. Das wird später unser eigener Inhalt, also da, wo quasi das große Bild angezeigt wird, gegebenenfalls euer Video oder irgendwelche Texte. Und dann gibt es einen zweiten Diff-Container mit der Klasse Epic Slider Preview. Hier drin brauchen wir jetzt Buttons, weil das sind quasi unsere kleinen Selektoren. Ich sage hier, wir haben hier drin einen Button. Und was ich hier drin noch sage, wir haben natürlich einen Text. Dieser Text nennen wir einfach Title, also das ist einfach ein Boilerplate. Da steht natürlich später euer richtiger Text. Und was wir hier brauchen, jeder unserer Button braucht ein sogenanntes Data Attribute. Dieses Data Attribute heißt bei uns Data minus Slide, also Data für Data Attribute. Und minus Slide ist der eigentliche Name dieses Attributs. Und in unserem Fall ist das hier die 1. Was wir auch brauchen, ist eine Class, damit wir unsere Buttons eindeutig identifizieren können. Das machen wir über Preview Element. Also das ist der Name unserer CSS-Klasse. Und wir brauchen hier drin noch eine Diff-Box. Da sage ich jetzt einfach Diff Punkt und gebe hier die Klasse Image. Und hier drin machen wir eigentlich gar nichts. Aber wir brauchen auf unserer Diff-Box noch ein Style Element und müssen hier ein Attribut vergeben, nämlich in unserem Fall Background Image und verlinken hier ein Bild, was wir später als Hintergrundbild benutzen. Ich mache jetzt für dieses Tutorial bei mir einen Link auf CodePen, da wo auch die Live-Demo zu diesem Video ist, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr hier natürlich auch ein Asset nehmen, was hier in dem Asset-Ordner liegt. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Das handelt sich einfach nur um das Hintergrundbild, was später hier angezeigt werden soll. Prinzipiell können wir das Ganze jetzt so beenden. Wenn wir das machen, sehen wir hier einen Button. Mehr haben wir hier noch nicht gemacht. Allerdings müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen kopieren. Also ich kopiere mir jetzt an meinem Skript einmal die restlichen vier Buttons. Die sehen alle identisch aus, bis auf, dass der Data-Slide hochzählt, also 3, 4, 5 und so weiter. Und immer das Text sich ändert und das Bild sich ändert. Das Wichtige ist, was wir auch noch brauchen, unser erstes Element, also der erste Button, bekommt eine weitere Klasse, nämlich Active. Damit das erste Element direkt als aktiv erkannt wird. Wenn ich das jetzt abspeichere, passiert hier aber nicht mehr. Wir sehen einfach, dass wir hier fünf Buttons haben, mehr nicht. So, was wir jetzt natürlich auch noch brauchen, ist hier drin ein bisschen mehr Element. Also wir brauchen innerhalb unseres Epic Slider Views jetzt weitere Diff Boxen. In unserem Fall sage ich hier einfach, wir haben Diff Punkt und dann Slider Content. Bei jedem Slider Content handelt es sich um einen unserer Slides. Um die später eindeutig identifizieren zu können, müssen wir jetzt hier sagen, wir wollen Slider 1. Dieser Slider 1, also diese ID, wird später hochzählen. Also wir brauchen weitere Slides mit Slider minus 2, Slider minus 3 und so weiter. Und hier drin könnt ihr quasi jede Art von Inhalt darstellen. In meinem Fall möchte ich hier zum Beispiel gerne eine Diff Box mit der Klasse Info. Innerhalb dieser Diff Box befinden sich hier jetzt einige andere Elemente, nämlich einmal ein H3, ein P-Tag und ein Button. Wie gesagt, ihr könnt innerhalb dieser Slider-Geschichte alles machen, was ihr möchtet. Alles, was hier drin ist, ist quasi relativ. Außerdem brauchen wir, wie auch unten, ein Hintergrundbild. Dafür kopiere ich mir jetzt hier einfach mal diesen Diff Container und sage, innerhalb unseres Sliders möchte ich gerne dieses Hintergrundbild einfügen. Das nennen wir jetzt aber nicht Image, sondern geben hier die Klasse Hintergrund, also Background, speichern das Ganze ab und damit haben wir unser Element hier erzeugt. Natürlich, wie gesagt, brauchen wir jetzt für jeden Slide eine solche Slidebox. Das kopiere ich mir jetzt einfach, weil sich das einfach nur wiederholt. Deswegen gehe ich jetzt hier runter und sage einfach, okay, einmal einfügen. Und ihr seht hier, wir haben Slider 5 mit theoretisch anderem Text, einem anderen Hintergrundbild. Aber das Wichtige ist eigentlich nur, dass wir hier Slider 5 haben und dass diese einzelnen Slider-Element wirklich nur die Klasse Slider-Content haben und nicht die Slider-Aktiv-Klasse, also die wir ganz oben ja vergeben haben, wo wir jetzt quasi Slider-Content haben und hier jetzt noch sagen, okay, das erste Element soll bitte aktiv sein. In dem Moment sind wir auch schon fertig mit unserem HTML-Bereich und können jetzt mit CSS weitermachen. So los geht es mit dem eigentlich interessanten Part und zwar dem CSS-Part. Als erstes definiere ich mir hier eine Variable, nämlich $radius mit der Größe 1.5rem, damit wir quasi das nicht immer doppelt machen müssen. Und was ich mache, ich definiere mir als erstes meine Klasse, die ganz oben liegt, nämlich Epic Slider. Epic Slider definieren wir in unserem Fall erstmal einfach als Flexbox und dann definieren wir die Flex Direction als Row, sodass die Buttons und der eigentliche Inhalt nebeneinander rutschen, wie ihr seht, und nicht mehr untereinander. Außerdem definiere ich mir hier eine Größe, nämlich 90% und eine Max-Größe, in unserem Fall sage ich hier einfach 100rem, also quasi 1000 Pixel. Außerdem benutzen wir jetzt ein CSS-Attribut, wenn ich hier nämlich Background Color gebe und sage hier einfach mal Red, dass wir die Außenkante sehen. Ich möchte gerne, dass wir hier immer dasselbe Format haben, also dass das immer quasi so ein 2 zu 1 Format hat. Das mache ich einfach mit Aspect Ratio 20 zu 10. Wenn ich das ganze abspeiche, sehen wir, wir haben jetzt hier ein fixes Format, was immer mit skaliert und was sich nicht verändert. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren unsere eigentliche Epic Slider View. Das mache ich jetzt hier, Epic Slider View, starte mir wieder einen Default Container und sage, okay, unsere View ist 80% der Weite, also nicht ganz unser Container, sondern nur 80% und definiere mich hier Border Radius, sage hier quasi einfach Border Radius 1.5 frame und definiere mir, dass alles, was da drin ist, soll quasi versteckt werden, wenn es außerhalb meines Standard Containers geht und alles, was da drin ist, sollen wir später relativ positionieren können, deswegen Position Relative, damit wir beispielsweise unser Infoelement und unser Hintergrundbild übereinander stacken können oder dass man da drin Animationen mithilfe von Position durchführen könnte. Wenn ich das ganze abspeiche, machen wir uns jetzt hier einfach mal eine weitere Hintergrundfarbe und sagen hier einfach mal Aqua. Das ganze speichere ich jetzt ab und wir sehen hier unser Element. Unser Problem ist, wir haben hier 80% definiert. Das hier sieht noch nicht aus wie 80%, eher so wie 55% und deswegen müssen wir uns jetzt um unsere zweite Div Box kümmern und zwar um unsere Sidebar. Diese Sidebar definiere ich mich unten als Epic Slider Preview und definiere mir hier eine weitere Box und sage jetzt, okay, diese Sidebar ist 20% weiter. Wenn ich das mache, sehen wir, jetzt sieht es korrekt aus und damit wir das später auch ein bisschen besser identifizieren können, sage ich hier Background Color und sage jetzt einfach mal Yellow. In dem Moment sehen wir, unsere Box hier hinten ist jetzt gelb geworden, das lösche ich gleich wieder raus und damit wir das später richtig positionieren können, sage ich, die Weite ist 100%, also es ist quasi die gesamte Höhe und wir sagen jetzt, okay, wir wollen nach links rüber ein bisschen Abstand, nach rechts rüber ein bisschen Abstand und sage hier Margin 1rem. Damit haben wir hier so ein bisschen Abstand erzeugt und definiere mir jetzt hier Display und sage Grid. Was wir jetzt machen müssen ist, ich sage Grid und dann Template Columns und zwar haben wir hier ein Fr, also ein Fragment, wo wir quasi jetzt eine Column haben. Welch das ganze Abspeicher sehen wir, die orientieren sich schon komplett auf der Höhe. Wir können das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen quasi noch mehr spezifizieren, dass das sich auch immer so verhält und sagen hier Template Rows, wir haben hier fünf Stück, sodass das auch immer hier drin ist. Welch das ganze Abspeicher sehen wir das, weil sonst würden die sich verändern, wenn wir jetzt hier nur drei hätten, würden wir nämlich hier oben nur die drei ausfüllen und das würde nicht komplett auf die ganze Höhe skalieren. Unsere einzelnen Elemente, die wir hier haben, müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen verbessern und dafür habe ich ja vorhin eine Klasse erschaffen und zwar Preview Element und Preview Element bekommt von uns ebenfalls erstmal unsere Default Flex Positioning. Also wir sagen Display Flex, Flex Direction Row, weil wir haben hier drin ja ein Hintergrundbild und unseren eigentlichen Inhalt. Sagen, wir wollen das Ganze soll rechts starten und soll aber auf der horizontalen Aktie zentriert sein. Wenn ich das Ganze abspeicher, sehen wir, es rutscht drüber wegen Flex Start, aber es bleibt zentriert innerhalb der horizontalen Achse und was wir jetzt machen müssen, okay, wir sagen, das Ganze soll 100% weiter haben, soll ein bisschen Abstand nach unten bekommen, in unserem Fall ein Rem und wir wollen hier eine Hintergrundfarbe vergeben und zwar sage ich hierfür einfach Background, Color und dann RGBA. Das mache ich, damit ich quasi die Hintergrundfarbe transparent setzen kann. Wir nutzen hierfür eine Farbe, die in meinem Preview definiert ist, nämlich CI White und sage einfach, okay, die Deckkraft ist nur noch 5%. Wenn ich das Ganze abspeichere, wird das Ganze quasi gelb. Das liegt halt daran, dass unsere Hintergrundbox gelb hat. Das muss ich hier oben einmal kurz rauslöschen. Wenn ich das tue, sehen wir, es ist jetzt rot, kann ich rot auch noch rauslöschen. Zack. Und in dem Moment sehen wir, wir haben jetzt hier so ganz leichten Verlauf drin und wir müssen jetzt natürlich noch dafür sorgen, dass wir einmal ein Border Radius vergeben. Wie auch oben nutzen wir dafür unsere Variable Radius. Und was wir auch noch machen müssen, ist zu sagen, wir haben hier einen kleinen Innenabstand und wir haben natürlich einen Pointer. Also wenn ich mit der Maus darüber gehe, soll mein Pointer zu so einem Zeiger werden, also mein Cursor. Wir wollen keine Border haben. Und natürlich müssen wir hier sagen, alles, was da drin ist, soll absolut positionierbar sein. Deswegen müssen wir dieses Element als Relative definieren. Alles, was da drin ist, soll quasi nach außen hin versteckt sein. Und was wir auch machen müssen, ist hier sagen, natürlich eine kleine Animation, dass wenn sich damit irgendwas verändert, dass wir hier Transition All 250 Millisekunden haben, das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment sind unsere Buttons quasi fertig. Allerdings seht ihr, irgendwie sehen wir noch keine Schrift, wir sehen kein Bild und das alles müssen wir natürlich definieren. Das Erste, was wir hier machen, ist, wenn ich mit der Maus rübergehe, möchte ich hier gerne so einen kleinen Mouse-Over-Effekt. Das mache ich einfach mit und Doppelpunkt-Taber und sage hier Background-Color und setze einfach die Deckkraft auf 1 statt auf 0,5. Wenn ich das Ganze abspeichere und ich mit der Maus jetzt hier rübergehe, sehen wir, wir haben hier wunderbar so einen kleinen Mouse-Over-Effekt. Und was wir jetzt machen müssen, hier unten haben wir noch ein bisschen Abstand. Wenn ich hier ranscrolle, sehen wir das auch. Hier unten fehlt uns quasi einfach der Abstand. Das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen verbessern. Das machen wir über einen sogenannten CSS-Pseudo-Selector und sagen hier Doppelpunkt, Last Child. Hier drin können wir dann nämlich einfach unser Margin ansprechen und sagen Margin nach unten soll beim letzten Element einfach 0 sein, sodass wir hier 100% der Höhe erreichen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir hier drin ja quasi einmal Text und ein Bild. Als erstes definieren wir uns hierfür einfach mal unseren Text und zwar sagen wir, okay, Pointer-Events müssen wir hier auf 0 setzen, damit, wenn wir hier mit der Maus drüber gehen, immer quasi den Button klicken und nicht den eigentlichen P-Tag. Außerdem möchten wir gerne unseren Text ein bisschen Abstand vergeben und zwar wollen wir hier einfach nach links rüber 1.5 RAM und wir sagen, standardmäßig hat ein P-Tag Abstand oder Innenabstand, ein sogenanntes Padding, das wollen wir komplett entfernen und definieren uns jetzt noch eine Schriftgröße, in unserem Fall sage ich Fontwide 700, auch noch ein bisschen Schriftfarbe, das machen wir einfach mit Color. Jetzt sehen wir unsere Schrift doch endlich mal, können das Ganze noch nach links ausrichten und definieren uns jetzt noch eine Höhe innerhalb des Textes, eine sogenannte Line High, also wie viel Abstand zwischen den einzelnen Zeilen Code ist, eine Schriftgröße, das machen wir über Font Size und wir sagen auch hier drin, das Ganze ist Position Relative und wir sagen hier, ganz wichtig, Z-Index 2. Damit wir nicht auf der ersten Ebene sind und theoretisch die Möglichkeit haben, ein anderes Element auf Z-Index-Ebene 1 zu definieren, was wir gleich machen werden, nämlich diese schöne Ladebalken-Elemente im Hintergrund und das muss natürlich hinter unserem Text liegen, deswegen braucht unser Text Relative und Z-Index 2, damit es über diesem Element liegt, wie als wenn ihr in Photoshop mehrere Ebenen habt. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir uns jetzt um unser Bild kümmern. Unser Bild hat natürlich die Klasse bekommen, Image, wie vorhin in dem HTML-Part erklärt und hier sage ich als erstes, okay, auch hier brauchen wir unser Pointer-Event auf None. Außerdem brauchen wir auch hier ein Aspect-Ratio und zwar sage ich hier 4 zu 5 und wir sagen Höhe 100%. In dem Moment, wenn ich das gestalte, sehen wir, unsere Bilder sind jetzt hier angezeigt und haben auch eine immer gleiche Größe, also die passen sich halt immer an, egal wie groß das ist. Also wenn ihr mehr Höhe habt, bleibt das Verhältnis des Bildes immer gleich. Das andere, was wir machen, wir definieren uns auch hier ein Border-Radius, allerdings mit mal 0.7, weil das ist ein Border-Radius in einem Border-Radius-Element und deswegen muss das innere Element einen kleineren Radius haben, als das Parent-Element, damit das Ganze korrekt aussieht. Auch hier müssen wir, wie hier unten, dafür sorgen, dass unser Bild hinter unserem Ladebalken sein wird, deswegen brauchen wir auch hier Position Relative und Set Index 2. Außerdem brauchen wir einmal Background Size. Dieses, also Background Size, definiert quasi, dass unser Bild komplett zu sehen ist, weil es versucht, das quasi komplett auszufüllen und wir müssen unser Bild zentrieren. Das mache ich einfach über Background, Position, Center, Center, sodass das auf beiden Achsen genau mit zentriert ist. Wir sehen hier jetzt wunderbar unsere kleinen Bilder und wir haben unser Text. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich dieser Ladebalken und ein sogenannter Aktivstand. Für unseren Ladebalken könnte ich jetzt theoretisch in unserem HTML-Bereich, in unserem Button, ein weiteres Div-Element hinzufügen. Das möchte ich aber eigentlich nicht, weil wir haben hierfür die Möglichkeit, ein sogenanntes Pseudo-Element zu erschaffen. Was heißt, unserem eigentlichen Preview-Element geben wir jetzt eine weitere Klasse, und zwar sagen wir, oder keine Klasse, sondern ein Pseudo-Element mit und zweimal Doppelpunkt und dann After erzeugen wir uns ein Pseudo-Element. Damit wir das auch wirklich benutzen können zu irgendetwas, müssen wir sagen, Content ist leer und wir sagen jetzt hier Position Absolute, Z-Index 1. Vor allem Z-Index 1 ist extrem wichtig, weil sich das damit hinter unser Bild und hinter unseren Text schiebt und wir jetzt mit Background-Color quasi eine weitere Hintergrundfarbe vergeben können. In dem Moment sehen wir hier jetzt aber noch nichts, weil wir müssen natürlich erstmal eine Höhe definieren, das ist 100%, und ich definiere mir jetzt hier einmal eine Weite, aber nicht 0, sondern ich sage einfach mal 50%. In dem Moment sehen wir, wir haben jetzt hier im Hintergrund so einen leichten, zweiten grauen Container, und wir können das jetzt noch ein bisschen verbessern, indem wir auch hier sagen, wir haben eine Transition, aber nur auf Opacity, und die Opacity ist standardmäßig auf 0. Außerdem definieren wir uns sicherheitshalber noch eine Höhe, also die Position Top und Left, damit wir ganz genau wissen, wo das Ganze positioniert ist, und löschen hier die Weite jetzt komplett raus. In dem Moment sehen wir nichts mehr. Aber das ist natürlich nicht gut. Wir wollen natürlich etwas sehen, und zwar haben wir am Anfang eine Klasse vergeben. Unser erstes Element hier oben hat die Klasse Active. Diese Klasse Active spreche ich jetzt an. In dem Moment kann ich hier drin sagen, okay, als erstes, was die Klasse Active bekommt, ist, wir wollen auch hier unser After Element ansprechen. Also wir wollen, sobald quasi unser Preview Element, die Klasse Active hat, unserem After Element etwas mitgeben. Und zwar als erstes Opacity 1. Es soll erst mal sichtbar sein. Also wir wollen, dass unser Element sichtbar wird, wenn es quasi aktiv ist. Außerdem wollen wir eine sogenannte Animation erschaffen. Diese Animation existiert noch nicht, soll aber gleich den Namen Progress bekommen. Außerdem definieren wir, wie lange das Ganze dauert, in unserem Fall 5.1 Sekunden, und soll linear laufen. Also es soll nicht so beschleunigen, sondern es soll ganz linear einfach gerade durchlaufen. Und wir müssen natürlich jetzt eine Animation mit dem Namen Progress definieren. Hierfür erschaffen wir uns ganz unten in unserem CSS-Bereich eine Variable, nämlich Keyframes, und sagen hier Progress. Diese Progress-Animation hat zwei Zustände, nämlich einmal bei 0% und natürlich auch noch bei 100%. Also wie ist das Ganze, wenn es startet und wie ist das Ganze, wenn es endet. Wenn die Animation startet, ist die standardmäßig bei 0 weiter. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, ist sie bei 100. Das speichere ich jetzt so ab und ihr seht, wir haben jetzt hier unsere Animation, die komplett durchgeht, wunderbar, und am Ende einfach verschwindet. Weil das Ganze wird nur einmal durchgeführt und normalerweise würde dann in dem Moment mit JavaScript die Klasse Active auf das nächste Element gesetzt werden. Hier würde dann wieder die Animation starten und so weiter. Ein endloser Prozess, immer mit dem jeweilig aktiven Element. Was wir auch machen ist, in dem Moment, wenn ich hier draufklicke, setzen wir die Klasse Active und in dem Moment möchte ich gerne dieses Bild animieren. Hierfür sage ich, okay, ich möchte meinem Bild auch etwas mitgeben, wenn das quasi innerhalb des aktiven Elements ist. Auch hier handelt es sich um eine Animation, allerdings mit dem Namen Bounce. Außerdem geht das Ganze deutlich schneller, nämlich 250 Millisekunden und wir haben eine Timing-Function, nämlich Ease In und Out. Das ist einfach nur so eine natürlichere Animationszeitfunktion, sodass das Ganze ein bisschen schneller rein und langsamer wieder rausgeht. Außerdem möchten wir, dass das am Ende so stehen bleibt, wie die Animation es vorgibt, deswegen sagen wir hier Forwards. Ganz unten brauche ich jetzt eine weitere Keyframes-Definition, und zwar sage ich hier unten Keyframes Bounce, also wie heißt unsere Animation. Dann habe ich hier einmal einen Start bei 0% und das Ganze brauche ich jetzt dreimal, nämlich ich habe einmal noch bei 50 und einmal bei 100%. Und zwar als erstes bei 0% ist das oder ist die Größe einfach Scale 1. Dasselbe ist auch bei 100%, das ist auch Scale 1. Bei 50% ist es aber Scale 1.15. Wenn ich das Ganze abspeicher, seht ihr unser Bild, immer wenn ich das quasi abspeicher, seht ihr, dass das Ganze einmal so kurz springt hier an der Seite. Wenn ich hier später mit der Maus navigiere, wird man das noch ein bisschen deutlicher sehen, aber so können wir diese Bounce-Animation erschaffen. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, unsere Gestaltung dieser Klasse hier drin, sodass man da drin auch ein bisschen mehr sieht, als jetzt nur eine große blaue Box. So, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass unsere eigentlichen Slides auch ein bisschen mehr Charme bekommen. Dafür definiere ich mir hier eine Klasse, nämlich Slider Content, damit wir jeden diese einzelnen Slides ansprechen können. Und da wir hier oben Position Relative als Parent vergeben haben, können wir jetzt hier drin sagen Position Absolute und positionieren all unsere Slides oben in der Ecke. Damit wir das besser sehen können, ziehe ich mir das jetzt mal hier runter und wir sehen, wir sind nur noch einen Slide, mehr nicht. Alle diese Slides sind auf Z-Index-Ebene 1 positioniert und sollen doch bitte 100% der Höhe ausfüllen. Das Ganze mache ich jetzt mal so, aber bevor wir weitermachen, definiere ich mich hier erstmal ein bisschen mehr Inhalt. Und zwar als erstes haben wir hier drin eine Infoklasse. Diese Infoklasse, die wir hier drin jetzt einfach mal ein bisschen ausfüllen, soll sich quasi über die gesamte Höhe und an der linken Seite positionieren. Da wir auch hier oben Position Absolute vergeben haben, können wir hier drin sagen Position Absolute und machen das jetzt über die gesamte Höhe. Außerdem wollen wir hier drin so ein bisschen Abstand haben, also ein bisschen Innenabstand, definieren uns noch eine Weite und eine Höhe. Wenn ich das Ganze mache, rutscht das alles so ein bisschen nach unten und ich kann jetzt hier sagen, das soll doch bitte auf Z-Index-Ebene 2 gehen. Auch hier ist das wichtig, weil wir unser eigentliches Bild, was wir über die Background-Klasse definiert haben, hinter unseren Inhalt schieben wollen. Außerdem, was wir hier drin jetzt machen, ist, wir definieren das alles mit Display Flex, sagen quasi mit Display Flex Direction Column, dass es alles untereinander rutschen soll und dass es sich hier quasi ganz unten in der Ecke positioniert. Wenn ich das Ganze mache, seht ihr, es rutscht alles runter. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Attribut, das nenne ich, oder es heißt einfach so, nämlich Background-Image und hier benutzen wir jetzt eine Funktion. Diese Funktion ist Linear Gradient. Die haben wir schon in diversen Videos benutzt und sage jetzt, okay, wir wollen ein Gradient in der 90-Degree-Ausrichtung, also von hier hier rüber, also wir wollen das quasi so vertikal hier rüber ziehen und sagen, von welchem Punkt, nämlich von Black mit der Opacity 1 zu Black mit der Opacity 0 bei 100%. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, wir haben hier so einen dunklen Verlauf. Warum mache ich das? Wenn man Text auf Bildern hinterlegt, ist es manchmal ein bisschen problematisch, den Text zu lesen. Wenn man da immer so einen schwarzen Overlay drüber legt, dann sieht man das aber meistens ziemlich gut. Außerdem, wie gesagt, habe ich hier drin ja ein bisschen Überschriften und ein P-Tag und ein Button. Das kopiere ich mir jetzt einfach mal hier rein, weil das nicht wirklich kompliziert ist. Also ich habe hier einen H3-Tag, der hat von uns einfach ein paar einfache Elemente, nämlich soll doch bitte einfach über 70% weitergehen mit der Schriftfarbe weiß, Schriftgröße 2 und uppercase, also alles soll groß sein. Damit sieht unser Text jetzt ein bisschen schöner aus und wir haben hier jetzt ein bisschen Tricks. Und zwar das Erste, wir haben eine Opacity von 0. Wir wollen nicht, dass unser Text sichtbar ist. Außerdem verschieben wir unseren Text, wenn ich das Ganze hier mit Transform Translate anspreche, um 5 RAM. Also wir sagen, dass das Ganze so ein Stück rüber rutscht und wir wollen, dass das Ganze animiert wird. Aber natürlich nicht direkt, sondern wir sagen, das Ganze soll in 350 Millisekunden animiert werden, aber mit einem Delay von 150 Millisekunden. Also sobald das Element sichtbar wird, soll es sich quasi um 150 Millisekunden verzögert animieren, aber alle Attribute und mit so einer kleinen Timing Function. Unser P-Tag wird ähnlich gestaltet. Also wir haben auch hier einfach ein bisschen Schriftfarbe, Schriftgröße, Schrifthöhe, also die einzelnen Zeilehöhe, sagen hier noch eine Weite und haben auch hier wieder ein Delay, aber ein bisschen weniger, sodass wir einen kleinen Delay zwischen quasi unserer H3 und unserem P-Tag haben und dass das Ganze nicht gleichzeitig animiert wird. Auch wird das gar nicht so weit animiert. Und wir haben auch hier quasi, was wir natürlich definieren müssen, ist eine Opacity. In unserem Fall sage ich auch hier eine Opacity von 0, sodass das Ganze auch hier quasi animiert wird und es ist jetzt quasi nicht mehr zu sehen. Unser Button ist natürlich ähnlich, allerdings wollen wir unseren Button nicht verstecken, also unser Button bekommt keine Opacity, aber hat auch hier ein Delay von 50 Millisekunden, also ist nochmal etwas früher als unser eigentlicher Text, sodass das Ganze nacheinander einblendet und animiert sich auch nicht so weit. Also die Elemente hier drin sind alle so ein bisschen versetzt voneinander und je nachdem, was ihr für Inhalt haben möchtet, müsstet ihr auch diese Elemente ein bisschen versetzt voneinander animieren, damit dieser Effekt gleich wird. Ihr könnt natürlich mehr oder weniger Elemente haben, aber achtet darauf, wenn ihr das Ganze definiert. Was wir jetzt natürlich nur machen müssen, ist hier ein Hintergrundbild einfügen. Das machen wir über die Klasse Background und die Klasse Background bekommt von uns als erstes auch quasi Attribute, dass es über die gesamte Höhe oder über die gesamte Größe unserer Karte, unsere Slides animierbar ist. Also Position Absolute, Top Left, damit wir die obere Ecke ansprechen und sagen hier With Height 100%. Außerdem müssen wir jetzt Background Size Cover, damit quasi unsere gesamte Fläche gefüllt ist, sagen, wir wollen auf gar keinen Fall, dass unser Hintergrundbild sich wiederholt und wir möchten, dass es quasi in der Mitte zentriert ist. In dem Moment, wenn ich das abspeiche, haben wir jetzt hier unser Bild drin und wir können jetzt ganz hoch scrollen und hier erstmal unsere Hintergrundfarbe rauslöschen, sodass wir ein richtig schönes Bild haben. So, was wir uns jetzt natürlich kümmern müssen, ist, dass das Ganze auch ein bisschen sichtbarer wird. Standardmäßig wollen wir gerne, dass unsere ganzen Slider Elemente, also unser Slider Content unsichtbar ist. Das machen wir mit Opacity 0. Was wir auch machen wollen, ist, dass da eine ganze Animation hinzugefügt wird. Das machen wir über Transition All, also wir wollen alle Attribute animieren, innerhalb von 250 Millisekunden mit so einer kleinen Zeitfunktion. Auch wollen wir, dass alle unsere Slider Content Elemente per Default so ein Stück rüberrutschen, also einfach so ein Stück versetzt werden mit Minus 2 Rem, sodass wir diesen Slide-Aus-Effekt erstellen können oder hinterlegen können. Wir haben ja unserem ersten Slider Content Element die Klasse Active gegeben. Damit können wir jetzt sagen, okay, unser aktives Element ist natürlich sichtbar. Damit blenden wir das jetzt wieder ein und was wir auch machen können, ist, wir wollen gerne den Offset revidieren, sodass das Ganze, wie ihr seht, korrekt positioniert ist. Wir wollen auch mit Zendex 4 dafür sorgen, dass es über allem drüber liegt, also quasi hervorgehoben wird. Ihr seht, unser Button ist noch ein bisschen versetzt, unsere Texte sind nicht sichtbar. Dafür müssen wir jetzt natürlich innerhalb unseres aktiven Elements unser Info ansprechen und hier drin sagen wir jetzt, wir haben ja drei Elemente, also H3, P und Button und diese drei Elemente, wir wollen natürlich kein Array haben, sondern wir wollen hier ein Objekt erstellen, sagen, okay, das Ganze soll wieder sichtbar werden. Damit werden unsere Texte wieder angezeigt und revidieren deren Offset, nämlich mit Translate 0, sodass das alles an die richtige Position rückt. Was wir jetzt noch brauchen ist, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir ja, unser Element ist sichtbar, aber wir haben nicht nur ein aktives Element, sondern wir haben ja auch ein Preview-Element, also das, was quasi rein animiert werden soll. Das werden wir später mit JavaScript vergeben, aber erstmal müssen wir hierfür unser Preview-Element definieren über eine Klasse namens Preview und sagen hier, unser Preview-Element schiebt sich schon mal über unsere anderen Elemente, aber hinter unser aktives Element und sagen jetzt hier, wir würden gerne nicht einen negativen, sondern einen positiven Offset erzeugen, also dass wir das quasi da rechts rüber schieben, sodass sich das später rein animiert und das andere Element sich raus animiert. Außerdem soll das weiterhin unsichtbar sein, deswegen definieren wir hier zusätzlich noch einmal Opacity 0, damit wir quasi diesen schönen Slide-Over-Effekt erzeugen können. Prinzipiell sind wir hier schon am Ende unseres ganzen CSS-Parts und können jetzt mit JavaScript loslegen. So und los geht's mit unserem JavaScript-Part. Das erste, was ich mache, ich definiere mir hier oben zwei Klassen, einmal Active-Class und Preview-Class, das sind einfach nur zwei Strings mit Active beziehungsweise Preview und das ist einfach nur dafür da, dass wir diese Namen nicht immer wieder neu vergeben müssen. Außerdem brauchen wir eine Liste aller unserer Buttons, das machen wir mit Const, Buttons sagen innerhalb unseres Documents, würden wir mir gerne mit QuerySelecterAll alle Elemente suchen, die die Klasse Active, also Preview Element haben, also unsere fünf Buttons hier an der Seite. Wir müssen später auch immer wieder die aktive ID wissen, deswegen sage ich Active-ID ist standardmäßig 0, das ist quasi immer die ID des Slides, der gerade aktiv ist und wir brauchen jetzt natürlich erstmal eine Klick-Funktion. Hierfür sagen wir, okay, wir haben ja eine Liste unserer Buttons, hier sage ich jetzt mit ForEach, würde ich gerne einfach mal über jeden unserer Buttons rübergehen und sage, für jeden Button gibt es einen neuen Event-Listener und sage hier den Event-Listener Klick und rufe hier das Event auf, also das Klick-Event und rufe hier drin eine Funktion auf, die nennt sich Select und sage jetzt hier Event.Target und hier drin kann ich jetzt sagen Dataset.Slide, also wir würden gerne auf das Dataset unseres Buttons zugreifen, das wir ja vorhin Slide genannt haben, also die jeweilige ID des Buttons. Das ist ganz wichtig, wenn wir mit dem Target arbeiten, dass alle Elemente innerhalb eurer Buttons Pointer Event Null in CSS gekriegt haben, wie wir das ja vorhin definiert haben, sonst könntet ihr das nicht gut anklicken. In dem Moment ist unser Event-Listener schon fertig, allerdings haben wir natürlich keine Select-Funktion. Die definiere ich mir jetzt hier unten einmal und sage, okay, Console.log und gebe mir hier jetzt einfach die Slide-ID aus. In dem Moment, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir, wir kriegen hier wunderbar unsere einzelnen IDs, je nachdem, wo ich hier draufklicke. Was wir jetzt natürlich brauchen, ist sicher gehen, dass wir nicht auf denselben Button mehrfach klicken können. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier unten eine Zuweisung vornehmen und zwar sagen wir, Active Class ist unsere Slider-ID. Jetzt können wir ganz einfach mit einer, mit einem, ja, Active gleich 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 Slide-ID vergleichen, dass das Ganze derselbe Button ist und beenden die Funktion hier und jetzt. In dem Moment, wenn ich das speichere und immer wieder auf denselben Button klicke, wird das hier immer noch gelockt, aber wenn ich das hier ein bisschen nach unten schiebe und dann immer auf denselben Button klicke, dann können wir nur noch einmal auf einen Button klicken, also nicht mehrfach unser Element auswählen. Was wir jetzt sorgen oder für was wir jetzt sorgen müssen ist, wir würden als erstes gerne mal unsere aktive Klasse verändern, also die aktive Klasse von hier auf den hier setzen oder je nachdem, wo wir geklickt haben. Hierfür brauchen wir eine neue Funktion, nämlich einmal wollen wir die erstmal entfernen, also Remove Active Button. Diese Funktion Remove Active Button ist nicht wirklich kompliziert, aber wir müssen sie trotzdem definieren. Hier sagen wir Remove Active Button. Hierfür sagen wir jetzt eine weitere Funktion Get Active Button und diese Funktion soll uns später unseren Button returnen. Damit können wir quasi hier auf Classlist zugreifen. Hier drin können wir dann sagen, okay, nicht nur auf Classlist, sondern hier wollen wir etwas removen und zwar, was wollen wir removen? Unsere Active Class. Diese Funktion Get Active Button haben wir natürlich noch nicht, die müssen wir auch noch definieren. Dafür sage ich hier Function Get Active Button und sage hier Return und unsere Funktion Get Active Button greift auch ebenfalls wie ganz viele Funktionen auf Document.QuerySelector, also auf das erste Element zu, das er findet, was auf einen bestimmten Selector anspringt. Hier drin wollen wir Template Strings verwenden, also sagen wir, okay, finde uns erstmal Preview Element, also Preview minus Element und dann bitte das Element, was zusätzlich auch noch die Klasse Active Class, also Active in unserem Fall besitzt. In dem Moment, wenn ich das Ganze abspeichere, hier auf Elements gehe, das mal aufrufe und hier drin unsere einzelnen Elemente sehe, sehen wir, hier haben wir unsere aktive Klasse, klicke ich jetzt auf die dritte, verschwindet das hier oben. Das ist schon mal richtig. Was wir jetzt natürlich brauchen, wir müssen jetzt unseren Button natürlich auch noch definieren können. Hierfür sagen wir jetzt Add Active Button, also wir wollen nicht nur unseren Button entfernen, sondern unseren Button auch hinzufügen und sagen jetzt, okay, übergebe uns doch mal bitte unsere Slide-ID an diese Funktion, die wir natürlich auch noch definieren müssen. Also sagen wir hier Function Get Active Button, hier erwarten wir eine ID und was wir hier unten jetzt machen ist, wir sagen, okay, wir haben einen neuen Button. Dieser Button ist quasi einfach über Query Selector wieder ansprechbar und hier sprechen wir jetzt einen Button an, auch wieder mit einem Template String, der auf ein bestimmtes Attribut hört, und zwar Data-Slide und hier haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, unsere ID zu übergeben. Also wir suchen uns den Button mit dem Data-Slide Attribut mit der ID, das wir auswählen wollen. Hier sagen wir jetzt auch wieder unser Button, wenn wir den selektiert haben, Button.classlist und können jetzt hier einfach über Add unsere Funktion hinzufügen beziehungsweise unsere Klasse und sagen jetzt Active Class. In dem Moment, wenn ich das speichere und wir jetzt hier draufklicken und ich vorher einmal das hier alles aufmache, sehen wir, hier haben wir jetzt den ersten Button selektiert. Ich klicke jetzt auf den dritten und sehe jetzt, unser dritter Button hat Active und je nachdem, wo ich klicke, kriegt immer ein neuer Button unsere Active Class und ihr seht, in dem Moment startet hier auch sofort die wunderbare Animation, die wir vorhin definiert haben. Was uns jetzt natürlich fehlt, ist nicht nur, dass wir hier mit einem Click-Event einen Button auswählen können, sondern dass das Ganze auch automatisch passiert, also dass wir nicht nur einen Button auswählen, wenn wir drauf klicken, sondern dass wir einen Timer haben. Hierfür scrollen wir einmal ganz nach oben. Hier definieren wir uns nämlich jetzt eine Variable Timer, die auf eine Funktion startTimer zugreift. Diese Funktion startTimer definiere ich mir hier mal kurz. Die erwartet keine Parameter von uns, returnt uns aber etwas, nämlich einen Intervall, also setIntervall und dieser Intervall macht etwas, das definieren wir uns gleich, aber alle 5000 Sekunden soll der genau dasselbe machen. Und zwar das Erste, was wir hier definieren, ist, wir sagen eine Variable NextButton, also wir wollen gerne den nächsten Button selektieren. Hierfür greifen wir auf unseren GetActiveButton zu und sagen jetzt über NextElementSibling wollen wir gerne den nächsten Button ansprechen, aber es kann ja sein, dass wir den letzten Button ausgewählt haben und der nächste Button gar nicht existiert und hierfür sagen wir einfach, okay, dann gebe uns doch bitte einfach direkt den ersten Button, den wir haben, über Buttons und dann das ArrayElement 0 zurück. In dem Moment, wenn unser Button existiert, also unser NextButton wirklich definierbar ist und wir den sehen und haben, dann können wir doch bitte einfach hier dieselbe Funktion aufrufen, allerdings nicht mit Event, sondern hier einfach über unser NextButton und in dem Moment haben wir hier unseren Button ausgewählt, das Ganze kann ich jetzt abspeichern und in dem Moment sollte jetzt, wenn dieser Ladebalken komplett durchgeht, der nächste Button ausgewählt werden. Hat wunderbar funktioniert. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, was wir jetzt noch nicht haben, wir müssen den Timer neu starten, also wenn ich jetzt hier unten drauf klicke, muss dieser Timer resettet werden und das müssen wir in unserer SelectFunktion machen. Also als erstes sagen wir, okay, hier unten einmal Clear unseren Intervall und dann startet doch einfach bitte instant einen neuen Intervall, sodass das quasi von neu startet und wir immer wieder sauber von 5000 Millisekunden neu starten, also wenn ich jetzt hier klicke oder hier klicke, startet er neu und es ist kein Timer im Hintergrund, der auf einmal irgendwo mysteriöser Weise hinspringt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dass wir wirklich einen Slide auswählen können. Hierfür brauchen wir zwei Funktionen, wie auch hier oben und zwar einmal eine Funktion Remove Active Slide und greifen hier natürlich auf unsere Slide ID zu und natürlich sagen wir Set Next Slide Preview. Wir rufen nämlich nicht direkt das nächste Element auf, sondern wir setzen erstmal ein Preview Slide. Als erstes müssen wir natürlich unser Slide entfernen, dafür rufen wir hier unten eine weitere Funktion auf, nämlich Remove Active Slide. Diese Remove Active Slide Funktion definiert uns erstmal einfach nur unseren aktuellen aktiven Slide. Also sagen wir hier auch wieder, wir haben ein Document Query Selector, hier drin greifen wir wieder auf ein Template String zu, nämlich erstmal auf quasi alle Elemente mit der Klasse Slider Content und hier sagen wir jetzt auch wie unten, wir würden gerne aber nur das Slider Content Element aufgreifen, was auch die aktive Klasse besitzt. Hier können wir jetzt quasi von hier unten einfach das hier kopieren, das nehmen wir jetzt einmal, fügen das hier oben ein, rufen aber das Ganze über unseren Slide auf und damit entfernen wir gerade die aktive Klasse. Das Einzige, was wir jetzt noch verändern müssen, ist hier diese ID, brauchen wir eigentlich gar nicht, die können wir eigentlich hier rauslöschen, weil wir kennen ja unser aktives Slide Element. Was wir jetzt natürlich brauchen ist die Next Slide Preview und die rufen wir hier unten auf, da brauchen wir unsere ID und zwar sage ich jetzt hier Slide Preview und hier sagen wir jetzt unsere Preview ist ebenfalls wieder ein Element und zwar sagen wir quasi das hier, kopieren wir uns einmal hier oben rein, weil wir auch hier Data Slide haben. Wir wollen aber nicht Data Slide ansprechen, sondern wir wollen in unserem Fall hier unsere ID ansprechen, also da, wo unsere ID, die ID ist, die wir hier oben definiert haben, das ist unser neues Preview Element. Unser Preview Element bekommt jetzt von uns eine Preview Class, das machen wir einfach über Preview.classlist Add und dann greifen wir auf unsere Variable zu, die ich hier oben definiert habe. In dem Moment kriegt unser neues Element quasi ja wie gesagt unser Preview Class, das gucken wir uns eher mal an, in dem Moment, wenn wir das jetzt hier mal durchlaufen lassen, wenn das gleich hier komplett durchgelaufen ist, sehen wir, unser Element verschwindet, also es wird schon mal entfernt, aber unser neues Element wird noch nicht sichtbar. Hierfür brauchen wir eine kleine Verzögerung und zwar sagen wir hier Set Timeout und diese Timeout Funktion ist 250 Millisekunden, also genau so lange wie unsere Animation auf unser Slide dauert. Und das, was wir hier als erstes machen, wir entfernen unsere aktuelle Preview Class, die wir hier oben gesetzt haben und rufen eine Funktion auf, nämlich Set Active Slide. Und diese Funktion müssen wir natürlich auch noch definieren und zwar sagen wir hier Set Active Slide. Hier erwarten wir auch wieder die ID, die wir auch hier unten direkt durchreichen, also die reichen wir auch in diese Funktion weiter und sagen hier, okay, wir haben hier eine Active Slide Funktion und haben hier quasi dieselbe Funktionalität, dass wir die ID aufrufen, die wir auch, also das Element aufrufen mit der ID Slider, mit der ID, die wir hier oben übergeben. Das nächste, was wir machen ist, wir setzen hier eine weitere Klasse, nämlich Slide, ClassList, Add und dann Active Class, speichern das Ganze ab. In dem Moment, wenn wir hier das Ganze durchlaufen lassen, sollte jetzt unser nächstes Element rein animieren und unser altes Element raus animieren. Wenn ich jetzt hier klicke, sehen wir, wir haben wunderbar diesen Slide-Effekt. Wenn ich hier in der Nähe rumklicke, sollte das alles wunderbar funktionieren und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt hier meine Videokommentare schreiben, ob ihr das irgendwo verwendet oder ob ihr noch Verbesserungspotenzial innerhalb dieses Skriptes seht. So, das war es wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch verschiedene Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß. 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 Bis dahin, viel Spaß.